3D Grimaldo, 3D Cristiano Ronaldo Bro SHUT UP! Danke Freunde, schon kommt zu einem neuen Video auf meinem Kanal Es kam Cristiano Ronaldo FUTTI Team 3 ist da und für mich persönlich ist Team 3 das Beste Dann war auch da irgendeine verpackte Evo Wo ein Spieler evolutionieren könnte, die 5 Daystiles hatten Manche meinten auch 6, aber da habe ich jetzt keine 100%igen Beweise Die Auslands angucken und die SBC ist hier da Blablabla, die ganzen Spielerpacks geöffnet Fick gerne das Gewinnspiel ab auf Insta, es läuft noch bis zum 18.80 Ich verlose 5 mal die Ultimate Edition auf Instagram Unbedingt abchicken, lass gerne ein Like da, lass gerne einen Kommentar Lass ein Abo da 19 Uhr reist! 92 plus Wiederholbarer Pick Mit Footies aus Team 1, Team 2 und Team 3 Also aus den neuen von heute auch Aber auch halt mit Pass 2 Glory Team of the Tournament Und Make Your Marker Und die halt endlos kacke sind, Digga Okay, 87, 88, der Wings, kein Totz Samuel Ito, Samuel Ito ist da 98 Pace, 96 Schuss 90 Füße, 5 Star, 5 Star Finesse, Powershot, Rakete, Pink Pass So gute Pace-Dights Auch noch 98 Ich denke, sieh auf 97 gestellt, ich bin ehrlich, ne? 32, das PC ist Okay, warum ist das überhaupt, okay? 85 fängt es an 86 7,8, das geht sofort hoch, oh mein Gott 7,8 mit Totz 7,8 mit Totz 7,8 noch mal mit Totz 5 Totz 7,8 noch mal mit Totz 8,8 mit Totz 8 Totz bis jetzt 88 wieder mit Totz Nochmal 88 Rating Wieder mit einem Totz Nochmal 88 Rating mit Totz Wir sind bei 11 Totz 89 Rating mit Totz Wir sind bei 12 Totz 89 mit Totz 89 mit Totz 89 mit Totz 89 mit Totz 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 Wow, Robertson-Car Aber habe ich schon vorhin gesehen 97 Pace Schmeckt 83 Schuss Okay, 95 die 5 Star, 4 Star, High High Ist ein guter LV, Bro Mit 97 Pace Super, Digga Ja, 2 Teams Auch noch 2 mal 5 mal 6 Ja, ist super, Chat Ist super, sage ich Ehrlich Was? 5 Playstates Nein, nein, nein Muss Fehler sein Man kann sogar 6 haben Hier steht Warte, warte, warte Maximale Anzahl an Playstates Maximal 3 Ist es ein Anzeige-Bug Nur Oder ist es ein richtiger Bug, Chat? Ich habe keinen Bruder, ich bin nicht so vereint Ah, es können nur Karten und Puttis Evo rein Hier, der hier könnte rein Nunes Dann könnte Rui Costa rein Okay, man bekommt Raserei Playstyle Plus Guter Playstyle Und ein Tempo Ein Schuss Ein Pass Ein Dribbling Ja, okay Nicht krasse Rate Nicht krasse Werteboost Nee, nee Ist ein Anzeige-Bug dann Ist ein Anzeige-Bug Weil hier sind auch keine Spieler Mit vom 5 Playstyle Plus Chat Wir gucken uns jetzt Das neue Team an Guckt man den Billy 98 EA hat Seine Lieblinge 99 Tempo 97 Schuss 98 Dribbling 95 Pass Finesse Raserei Rippark Playstyle sind nicht so geil Korea 97 Ist er Ist er Ziele-Chat? Gabi 5 Star 5 Star High High Ja, so aus wie P3 Bruder Er hat einfach Na ja, das ist krass Du kannst wirklich nicht schießen Wenn dein 97er Footy Immer noch nicht Die 90 Schussmarke Geknackt hat Da hast du wirklich Einen Scheiß-Schuss Alaba Was spät Das war's 92 Space Er kann ZDM Nein, nein Chat, das war's Das war's Chat, das war's Alaba Ist der Bestsext am Spiel 4 Star 4 96 Space Coole Karte Aber nicht so interessant Oh nein Oh nein Oh nein 5 5 Cristiano Ronaldo Footy Finesse Kein Ariel mehr Ich sag Pass Story besser 99 Dribbling Und 99 Schuss Ich glaube ich ehrlich Als ich am Anfang des Jahres 86er Ronaldo Gold gesehen habe Dachte ich mir Wir werden nie wieder So eine Karte wie Ronaldo sehen Kea Die beste Fußballerin A.K.A. Sie wäre in den Top 10 Wenn sie ein Mann wäre Gute Karte Ingame Oder auch 99 Dribbling 99 Schuss Fast die gleiche Werte Wie Ronaldo Diga Ich brauche nur dazu Eine Erklärung Warum hat Jeremy Frimpong A.K.A.Links und Richtig Warum hat der 99 Rating Aber denn Tot 97 Hat Abgestimmt Wilfried Zaha Andi Galatasaray Jim Bomb Fans Oder 99 Pace 98 Dribbling Und 390 Schuss Also Als Gala A.K.A. Super League Fan Musst du ihn mitnehmen Sag ich 98 Defense 96 Wüse Kompanie Mit Rakete Playstyle Obwohl mit Raketen Das ist ja noch schneller Als E.V. Ne Papi mit Ariel Powershot Rakete Und nochmal guten Werten Okay 4,5 Ricken Rio Ferdinand Ist Der beste E.V. Im Spiel Da sind wir uns alle einig Ducatis Technik Entscheider Pastribella Und Ausdauer Oder 5,5 Smith Und Tschechow Ich glaube ich meine ich es trotzdem besser Tuzo ist gratis Wo denn Auch bei Ziele Alle werden über 90 Auch das Schuss Okay Ich gehe jetzt erstes rein Shit Okay Kein Fuzi Ist okay Verstehe ich Ist das Hero Udi Föller Und Er tot Kein Fuzi Kein Fuzi Kein Fuzi Fuzi Schon wieder Ja Totz Aber Kein Fuzi Wie kann ich Jeder was zählt Außer ich Digga Come on Bitte Spots 90% Hero Gib mir einfach Irgendwas Trink Nein 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 Es ist unmöglich Es ist unmöglich Man zieht keine Fuzzis Okay Und Rotri Tuzi Weil er bei den Tuzis Ist ja mehr wert Deswegen dahinter Okay Zaha Pjatch mal 20 Team 3 Fuzi Bro Oh Cech Cech Da wurde nicht angezeigt Eikis wird irgendwie nie angezeigt Welches Team ist jetzt das Beste gewesen Eurer Meinung Neymar Tots Moments Nein Nein Ihr gibts nur aus dem Einen Bedeutung Keuts Immer noch Ihr gibts nur Märchen Kalulu Wie ist ein Fuzi Come on Vakinias Oh Mord aber auch Tut Warum denn Laro Come on Digga Was kommt da Pipi Kaka Petri 1 von 5 95 plus Ich habe da gar keine Erwartung Ich habe da absolut keine Erwartung Ich sage auch ehrlich War das cool Ich sage ehrlich Wir brauchen nur A-Ri-Rots Bin ehrlich Zeug Wir brauchen nur A-Ri-Rots Die A-Ri-Rots Nein 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 Guckt euch diese Rang 1er an Ich krieg's kotzen Digga Emilius wünsche ich das Beste auf der ganzen Welt Emilius gönnt ihr wirklich immer Bitte, bitte Van Dijk Bitte Van Dijk MJM Bitte Van Dijk Okay Johnst Es kann immer noch Van Dijk sein Wer ist das? Konaté 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 Mit Waschbär 1,3 Millionen Hannover Komm Hannover Mit Konigs W Ich habe jetzt noch keinen pinken Hintergrund gesehen Ja Holland LV Doppel-Futti No Doppel-Futti Walkout Aber das die Hund Anna Boa G Fuckin G Ja Wohler Drei-Futti In einem Pack Er muss komplett übertreiben Futti Rolando Nein Boah Oh Oh mein Gott Pound to God Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist das? Was ist das? Oh Bruder Pampin Futti Bitte Bitte Polnsturm Ronaldo Ronaldo Das ist ein Brevius Das kann Ronaldo sein Ronaldo 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 Ja Was ist das? Blau Boah Boah Oh mein Gott Zaha Putsi Heizmaul Was ist das? Ich war gerade auf Flänze Ich war gerade auf Flänze Hallo David Ja Get him from Let's go Ja warte Warte Das ist eine Beleidigung Dafür ist es mal weg Da Oh Futti Papinen Ich habe gar nicht gesehen Tod 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 Was ist das? Oh mein Gott Nein 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 Ich dachte Ronaldo Heizmaul 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 Drei Team of Deal Karten im Pack Ich bin Kaut Sakura Though Das ist ihn Untertitelung des ZDF für funk, 2017